Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr in Minecraft eine Rakete bauen könnt. Dafür braucht ihr einen Beobachter, ein haftender Kolben, einen Goldblock und einen Slimeblock. Gut, jetzt geht's schon ans Bauen. Sucht euch eine freie Fläche. Dann setzt ihr hier einen Goldblock hin und lasst in drei Blöcke Abstand, setzt hier einen Goldblock hin und dann setzt ihr hier wieder einen hin, lässt wieder drei Blöcke Abstand und setzt hier einen hin. Dann baut ihr mit dem Slime immer auf dem Goldblock einen Block. Und dann geht der Eins rein immer mit dem Slime. Gut, dann fliegt ihr hoch, platziert da drauf noch Slime. Dann bauen wir hier unten einen Beobachter. Hier einen Golden, hier so drei Slimeblöcke. Hier oben nochmal Gold. Wir sind fast fertig. Dann hier die Beobachter. Gut, und dann, wenn ihr damit fertig seid, dann platziert da drunter Kolben, also haftende Kolben und schon ist die Rakete fertig. Sieht cool aus. Und jetzt lassen wir sie fliegen. Dazu setzt ihr hier in die Mitte einfach einen beliebigen Block. Und schon haben wir eine fliegende Rakete. Tschüss. Tschüss.